Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Kreativstadt Andrea. Schön, dass du hier bist und dass du mich gefunden hast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin eben Andrea und ich liebe es, schöne Dinge selber zu machen. Ich bin ein absoluter DIY-Fan und ich liebe das Möbel-Upcycling und das Upcycling an sich überhaupt und vor allem auch das Streichen mit der Kreidefarbe. Du wirst hier auf meinem Kanal viele Videos finden, die dir zeigen, wie du Möbel-Upcycling kannst, also umgestalten kannst, wie du das mit der Kreidefarbe magst und es gibt auch sehr schöne DIY-Ideen, die eben mit der Kreidefarbe entstanden sind oder zu tun haben. Also ich wünsche dir hier wirklich sehr viel Spaß und wenn du das ganze Thema vertiefen willst, dass du sagst, du möchtest es von der Pike auflernen oder einfach dein Wissen von A bis Z alles an einem Ort finden, um hier ganz toll, schöne, neue Lieblingsstücke zu kreieren, dann schau doch einfach mal vorbei in meinem DIY-Camp Streichfieber. Das habe ich extra dafür gegründet. Du kannst aber natürlich auch erstmal mit einem kompakten Einstieg starten, der ist schnell und unkompliziert, mit Painted starte einfach. Egal welche Variante du wählst, du wirst auf jeden Fall glücklich sein, sehr viel Spaß haben beim Streichen mit der Kreidefarbe, beim Upcycling deiner Möbel und anderen Gegenständen und du wirst merken, da gibt es so viel, was man damit machen kann und vor allem kannst du damit deine Kreativität ausleben. Also sei einfach mutig, komm, schau es dir einfach mal an. Ich denke, das DIY-Camp Streichfieber ist genau das Richtige für dich. Ich freue mich, wenn wir uns auf der anderen Seite sehen. Also viel Spaß hier auf meinem Kanal. Ciao.